Musik Okay, 3, 2, 1, feuer den guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zu dem fünften Part Pokémon Firegrune Edition. Ja, ich entschuldige mich schon mal in aller Hinsicht dafür, dass der letzte Part etwas langweilig war. Ähm, ich kann da jetzt nichts groß für, sagen wir es so, weil immerhin ist es halt so gewesen, ähm, es war sehr nervig die Höhle und ich habe es sehr lange dran rum probiert und dann habe ich es dann irgendwann mal geschafft. Und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und deswegen habe ich dann das Video so schnell geskippt. Aber jetzt, ein Glück, dass es hier weiter geht und nicht irgendwie anders. Puh, okay, raus hier. Lol, wo sind wir hier? Ola, was war los? Und übrigens, wir haben unser, äh, warte, mit Escape macht man das, ne? Genau. Äh, Pokémon. Genau. Da haben wir jetzt einen Taubsee auf Level 10, also. Ich denke, es macht Sinn, Taubsee ein wenig zu trainieren. Ein Pokémon finden wir cool. Ähm, ich weiß, wie es geht, was wir jetzt machen müssen, aber wir müssen es auf jeden Fall, wir sind wieder im Fertil, ja, ist hier die Loll. Äh, dann gehen wir jetzt hier erst einmal in das Pokémon-Sat und heilen unsere Pokémon. Hallo. Ja, danke. Geh, sieh uns. Da, da, da. Okay, dann legen wir die Pokémon ab. Jo, Boxen-System. Ja, das ist geil. Das ist, ähm, die, ähm, das war der, äh, Firefox-Sound. Das war cool. Äh, du kannst, ne, warte, zurück, bewegen, so, closebox, dann rennen wir mal weiter. So, also, was machen wir denn jetzt, äh, komm ich hier raus? Ich glaube nicht, deswegen, gehen wir einfach nochmal schnell ins HQ. Oh! Da! Sie war es! Sie ist einfach hier eingebrochen und hat uns mit den Pokémon angegriffen. Äh, äh, darf ich was zu meiner Verteidigung sagen? Komm mit, du bist verhaftet wegen Ausfriedensbruch. Was? Was, was, hä? Oh, ist er im Knast? Tja, nein! Ich hab nichts verbrochen! Ich hab nur ne Zimmerpflanze. Ey, du kommst du nicht rein! Rein? Ja, Mann! Schuhe Arsch, große Arsch, gesichter Arsch, alles Arsch. Du kommst du nicht rein! Aber ich will doch nicht rein! Ich will raus! Raus ist rein in die Freiheit! Also brauchst du draußen, außer Freiheit! Kann man auch so sehen? Vielleicht... Los, Sherlock! Was? Sherlock, zurück! Ich steuere nichts. Maike rennt gerade. Oh, okay. Wer bist du? Du siehst ja gefangenen oben. Ziemlich ähnlich. Ne, ne, Einbildung. Eine Vm-Server findet Maike cool. Hey! Ey, du darfst doch nicht einfach Sachen nehmen. Doch, sonst komm ich nicht von der Insel runter. Achso, na, dann viel Glück bei deinem Ausbruch. Danke. Ciao. Willst du? Willkommen in Polizei HQ. Ja, na? Port Crozang. Ja, da müssen wir jetzt die Vm einem beibringen. Machen wir auch direkt mal. Ja, äh. Sehr schnell ist das jetzt vonstatten gegangen. Sherlock. Gute Frage, was vergessen werden soll. Äh, lass mal. Äh, 40. Ja, das ist ja. Jawohl, Schilderland-Surfer ist eine sehr gute Attacke. Hauen wir ja ab. Was ist das hier? Ein Baum. Cool. Äh, ja, Schuss, ne? Maike, Alter, er ist mal eingebuchtet. Okay, gut, so geht das. Warte mal. Hier, Leuchtturm. Komm ich da rein? Leuchtturm. Zu den verboten. Ach man, ich bin immer da rein. Da, da, da. Ach du Scheiße. Ja, nee. Wilder Tintaha. Nein. Das war so schön. Flucht. Ja, wir schauen einfach mal, wie wir wegkommen. Da, 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 da. Hallo Tintaha. Was geht ab, Kollege? Ja. Was ist das hier? Ein Hafen. Ah lol. Das ist ja eine ganz externe Stadt. Cool. Ja, ne? Kann ich die Yacht klauen? Ich will die Yacht haben. Die ist cool. Okay, hier sind noch solche Yachten. Wenn ich das machen kann. Schade. Hätte ich gern geklaut. Ich bin jetzt eh ein Schwerstverbrecher. Ich muss drängen aufs Klo, aber bei Pokémon Grafing gibt es gar nicht Toiletten, wenn ich den Tenor in die Finger kriege. Tja, ne? Das ist blöd gelaufen für dich, ne? Marek ist endlich mal ein Marek, wo ich einkaufen kann. Was hast du denn? Willkommen. Kaufen. Oh, top. Gib her. Wie viel habe ich denn? Okay, das ist eine Menge viel. Lass mal noch zehn Dinger davon kaufen. So. Und Schutz bitte auch noch. Zehn Stück. So, dankeschön. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Was bist du? Manchmal glaube ich, dass die Auswahl in Items jedes Jahr kleiner wird. Ich glaube sogar, der Verkäufer ist ein Kleptomane. Was ist das? Das habe ich jetzt eigentlich keine Ahnung. Aber es ist bestimmt auch so irgendein Joke. Ich finde das irgendwie wie beunruhigend in der Nähe des Breachai-HQs zu bauen, wenn eines Tages ein Verbrecher ausbricht. Ach, wie du wüsstest. Was meinst du damit? Nicht so wichtig. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin auch gar nicht gerade ausgebrochen. Nö, nö, sind wir nicht. Nicht da rein. Oh, das war knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Bin zu Summarina, leider. Er ist momentan nicht da, aber vielleicht kann ich dir ja helfen. Nein, danke. Ich habe kein Interesse an Orden. Ich will aber in Orden. Jetzt lese es bloß, dass E und die Pokémon zurückzuholen. Hä? Nicht so wichtig. Ja, okay, Schluss. Was ist das? Port Croissant et Talblissement. Oh, das war da reingehen. Au, wow, passt doch auf. Die sind nicht Flames Mutter? Äh, nein. Ich will da rein. Ähm, 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 was ist das? Von nackt? Ja, ist das so ein... Äh. Puff, Alter. Bin ja her, mir nichts zu suchen. Okay, äh, ja. Äh, wer bist du? Ich lebe die Farbe Orange. Das ist der einzige Grund, warum ich hierhergezogen bin. Ich sehe, dass das der einzige Grund ist. Ja, das liegt nur an der Fahrbahn. Man hat nichts mit meiner Freizeitgestaltung zu tun. Okay. Ich habe den Bau für das Pokémon-Zettel der Stadt finanziert. Nein, da hatte ich nicht genug, äh, für das Obergeschoss. Tja. Jetzt ist doch mal mehr gearbeitet in deinem Leben, ne? Immer nur ein Mann, ne? Oder ein... Alles ist nur tag zu lang schwerer. Ich auch. Sport. Hilft. Viel. Ich hasse die Polizisten von Feuergrün. Sie wollen immer nur unser Bestes, aber das kriegen sie nicht. Okay. Wer will das dann schon? Wer ist die da? Lass mich in Ruhe, hier läuft gerade Pokémon. Guckst du dir den ganzen Tag fern? Na und? Lieber Fernsehfaul, das ist radioaktiv. Wo sie recht hat. Aber, Leute, nicht immer vom Fernseher gucken, ne? Reicht, wenn einer hier das macht, das bin ich. Ich bin letztendlich einmal aus dem Haus ganz rechts gegangen. Da bekam ich den Schock meines Lebens. Ja. Ja. Mein Enkel ist Trainer. Genau wie du. Sie trainiert Pokémon. Genau wie du. Und sie ist Pokémon-Trainer. Genau wie du. Okay. Äh, geht sie gut. Die alten Leute von heute. Oh, das ist ein Item. Nehmen wir mit. Ein Pokéball. Noch einen, als ob ich nicht schon genug hätte. Ich glaube, wir haben zwei Stück wieder. Das Haus, Alter. Warte, 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 das ist ein TM. Komm ich da ran? Ah, ich dachte den schon. Ja, dann war ich schon. Ich will da rein. Ah, top. Myke für den Schutz. Dankeschön. Erstens Pokémon-Zander gehen. Da, da, da. Ich glaube, es ist die nächste Stadt auch, ja. Hallo. Naja. Da, da, da. Dankeschön. Da wollte ich doch gar nicht rein. Mann, in der Frise, ey. So, dann laufen wir jetzt hier mal weiter. Ich will sehen, was das hier ist. Also, in der Arena. Können wir nicht, da will ich nicht mehr rein. Äh, was ist das? Port Crosan. Okay. Oh, Gary. Hey, Myke. Du musst mir unbedingt helfen. Flame geht mir langsam auf die Nerven. Ständig verfolgt er mich. Kannst du dich mal um ihn kümmern? Ja, dann fahre ich überhaupt. Natürlich willst du. Beziehungsweise, ich will, dass du das willst. In der Diskussion. Ich hab gar nicht meine Gegner um ihn zugebracht und deck. Der Flame. Okay, was soll ich jetzt mit Flame? Bist du irgendwas gut? Seht, dort ist sie. Schnappt's euch. Schnappt's euch. Wir brauchen, wenn die hier im Zauberschillok da... Wenn die im Schillok davon fliegt. Aber Schilloks könnte doch gar nicht fliegen. Äh, ja schon. Das ist ein Zauberschillok. Oh, der eine Zauberschillok geht in Deckung. Was zum... Egal. Vielleicht noch kurz deine Hilfe. Versuchst du hier irgendwie aufzuhalten. Okay. Pass auf, ihr Polizisten. Ich habe ein Urmel aus dem Eis. Ich mach euch fertig. Ja, dann mein Leben. Okay. So viel dazu. Was gibt's hier noch? Mount Casimir Tunnel. Da war aber noch eine Hölle, da will ich noch schnell rein. Aber die Musik ist auf jeden Fall sehr schön. Da hat alles von Höhlen geklaut, die kleinen Bitches. Was ist das hier? Nix. Komm. Ah ja. Da ist noch eine Höhle, was ist das denn da? Wir treten, das ist verboten. Keiner da, also. Hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Oh nein, das hat mir den Schalte gedrückt. Jetzt wird die gesamte Welt untergehen. Du bist schuld. Okay. Lass dich so stehen. Ähm. Ich weiß nicht. Wir hauen mal weiter ab. Da, 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 da. Die nächste Route rein, ba. Da, 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 da. Was ist das für ein beleuchtender Kreis für mich herum? Kommt das von einem Scheinwerfer oder was? Am besten nicht so, weil der Typ seinen Scheinwerfer bedient. Da kann ich ja nicht mal sagen, dass der beleuchtende Kreis größer machen soll. Ja, okay. Ah. Hallo. Hi. Bist du dieser Scheinwerfer-Typ? Nein. Ich habe nur ein leuchtendes Fass und den Bauch geschnürt. Natürlich bin ich der, ist das mal ein Scheinwerfer. Mach dir so vielleicht den Kreis größer. So kann ich noch nie von einem Polizisten fliehen. Was? Nicht so wirklich. Ich mache einfach den Kreis größer. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das bisschen hilft mir gar nicht. Okay, mache ich den Kreis eben noch größer. Wie ist das denn? Kann das sein? Ist das so blöd? Ist ja gut. Lass mich bloß in Ruhe. Ist ja das immer noch nicht genug. Wenn du willst, kann ich dich gleich noch in den Tunnel tragen. Nur wenn du mich in Ruhe lässt. Ja. Ah, das hätte ich wohl gern, was? Ach, schade. Ich habe das Ganze rein, okay. Ja, danke schön, dass du den Kreis größer gemacht hast. Weil, das ist natürlich immer ein wenig nervig. Ah, zu, was? Ich bin ja bloß weg, Alter. Ja, ich habe ihn geholt, okay. nein stärker rätsel auch so scheiße ein kleinstein so ich fange das fangen wir auch 131 hatte scheiße ich darf den damit noch nicht anfangen angreifen dann muss ich wohl das stand jetzt lösen warte ich tue mal den stein da weg so ja und dann sind wir durch ja na easy super was willst ja ich mache das sogar weil dann kriege ein paar ip dazu aber dass ein pokémon will ich haben ein schutz finden wir cool aber der benutzt jetzt extra nicht weil ich ein bisschen was das hier aufgefallen dass diese felsen wieder in ihrem ausgangspunkt sind wenn du das benutzt ich bin der sich zurückschiebt du sollst mir danken das ist wirklich so wenn du so dass schrecklich zurück schiebt dann wundert man sie ja immer wieso stehen jetzt wieder gleich da weil er es macht er ist der grund für dich reichen server der macht euch 1000 schauen oder so 300 er bringt mir nichts weiter zu krass digga so ganz gegen mein schiller nichts mehr im zauber schiller das war dann anstrengend weißt du das ist mir wurscht ne warte mal so 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 junge wie auf die eier er hatte ich bis hin noch weil ich will noch deine ap haben für die für level 18 dankeschön so los schlug stärke jawohl jetzt sind so schwach jetzt hier fertig oder wird es hier junge uncool ja ich fange nicht mal einfach ich werde pokédex vervollständigen das ist ein item pokéball los 12 hey hey sollst du nicht machen du sollst dich fangen lassen na junge jetzt haben wir jetzt ein pokébälle muss ich jetzt wohl besiegen muss jetzt wohl töten tschüss wo ich mir jetzt verbaut ja hier hast du mal gelegen verbaut ehre an der stelle nice okay dann gehen wir mal hier weiter zurück gehen wir wieder hier hin man darf sich halt nicht verbauen hier in dem spiel hm ich ja ich ich weiß wie es geht ja müsste so gehen alle stärke weg mit dir du dahin du weg und du auch weg so easy du siehst cool aus aber ich habe leider keine pokébälle mehr zu fangen deswegen muss ich nicht mehr im server besiegen kritisch 500 ja man let's go hallo es geht ab ich glaube ich habe mich verirrt ja es kann sein aber wenigstens noch ein paar pokémon kämpfe hier kampf für dich gleich eine aqua knalle die macht genug schaden ja schüss noch ein kleinstein nö je mehr kleinsteins desto mehr pusht es mich dankeschön für die kleinsteins hat denn der alter so ideenlos jawohl fast level 19 krass wo sieht aus dass hier noch ein pokémon ist noch so ein kleinstein alter schnell level 19 let's go nice level 19 krass so kann man sich auch leveln oh wenn ich jetzt noch einen kleinenstein finde ich glaube ich bin gar nicht im kreis gelaufen weil das wäre ziemlich nervig warte so easy also mit steinen kenne ich mich aus alter ich bin der steinkönig weil jetzt muss ich aufpassen was ich mache dann muss ich mich zurückschieben ja ich kenne mich aus ich bin der beste so ne ich bin nicht der beste ich bin der dümmste ich muss ihn dafür noch weiterschieben die idiot hallo wer bist du denn dank meiner blitz nein ein tipp gibt er mir elektrofreak warty lol das ist doch richtig toxik alter krass mit stärker bist du trotzdem down oh oh das macht guten schaden aber wir haben ihn ein schneepieker ey wechseln kurz mal weil ich will mal taubsee noch ein paar level gönnen los taubsee ist der beste kippo ja komm den kriegst du komm tackle den kriegst du aber down oh ja den musst du kriegen jawohl stark taubsee ist der beste folge mal im blick und finde den ausgang wow krasser voll hilfreich oh ich glaube ihr habt den ausgang naja mach mal bis und schau mal ob er überlebt ein liegler ja dann der müsste jetzt aber drin bleiben wenn nicht dann wäre es ziemlich ärgerlich und jawohl klatschen oder gefahren nice mount kassi mit tunnel und raus hier boah ein glück bist du und wieder einmal hat er kämpft zugeschlagen ist kein entkommen was habe ich gekämpft oder was danach taubsee schickt äh taubsee hort oder was ja keine ahnung äh server los tschüss tschüss aber das ist schon op jeder server hier ein visor ja ich will wechseln ich will mein taubsee level los tackle oh mit einem kp taubsee bist du maschine alter krass du legende jetzt mache jetzt wechsle ich ganz gemein weil danach kriegt raubs noch die level ab zu level ja für dich gleich eine stärke tschüss war nett hungrigs glumander was was oh man wie viel 100 das ist lächerlich so tschau wird Zeit dass ihr Camper endlich vom server erspiegelt wird du bist aber bloß einversichtlich auf unsere unerlaublichen Fähigkeiten nehm ich mag deine grüne Kappe ja ok Mount Kismi Tunnel ja dann sind wir hier durch gegen Gift und damit verabschiedet ihr mich für den Part Daumen noch wenn es euch gefallen hat im nächsten Part geht es weiter und damit verabschiedet ich mich für euch abonnieren könnt ihr gerne machen ich freue mich da auf jeden einzelnen Abonnenten weil ich auch kurz vorbein die 100 zu knacken und Daumen hoch wäre auch cool könnt ihr machen ist obligatorisch und dann sage ich Servus und Tschau Tschau Bis zum nächsten Mal.